Musik Die Mitte bewahren Wer andere kennt, ist klug. Wer sich selbst erkennt, ist weise. Wer andere bezwingt, ist stark. Wer sich selbst bezwingt, ist unbezwingbar. Wer sich durchsetzt, ist willensstark. Wer sich begnügt, ist reich. Rat von seinen Kommentaren, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw270. In der heutigen Episode möchte ich das Thema Selbstbewusstsein ansprechen, beziehungsweise euch meine Sichtweisen, beziehungsweise Definitionen von diesem Begriff schildern. Und da möchte ich zunächst meinen Begriff in seinen Bestandteilen aufteilen. Also Selbstbewusstsein besteht aus dem Selbst. Das bedeutet für mich halt, dass es ich bezogen, beziehungsweise Personen bezogen auf meine Person ist. Bewusstsein, dass ich halt diese Tätigkeiten, die ich mache, auch wirklich wahrnehme und nicht mehrere Tätigkeiten auf einmal mache. Und das Sein, also das heißt, dass ich sozusagen im Moment lebe, wenn man dann diese Sachen zusammenfügt. Das bedeutet für mich, dass ich die Tätigkeiten, die ich gerade im Moment mache, bewusst und aktiv wahrnehme und alles andere sozusagen ausblende. Also zum Beispiel, wenn ich sitze, dann sollte ich meine Gedanken, meine Emotionen, meine Gefühle wirklich auf dieses Sitzen fokussieren. Zum Beispiel, wenn ich meditiere, das Gleiche gilt, wenn ich stehe, dann sollte ich auch wirklich stehen, zum Beispiel bei der stehenden Säule. Oder wenn ich gehe, dann sollte meine Gedanken, mein Fokus, meine Gefühle wirklich aufs Gehen beruhen. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Essen. Wenn ich esse, dann sollte ich mir die Zeit für das Essen nehmen, dieses bewusst genießen. Und das kann ich halt eigentlich auf jegliche Tätigkeiten übertragen. Und der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ist einerseits, dass sich halt viele Menschen und Personen in unserer heutigen Gesellschaft, aber auch allgemein, die sich halt jetzt mehr mit der veganen und ruhköstlichen Szene beschäftigen, sich immer sehr viele Gedanken über die Vergangenheit und ihre Zukunft machen und ihre Energie, also ihr Qi, nicht mehr für die Tätigkeiten im Moment verbringen, sondern sich mehr auf ihre Zukunftsängste fokussieren, beziehungsweise sich an die Vergangenheit orientieren. Hätten sie diese und jene Tätigkeit anders gemacht, dann hätten sie vielleicht jetzt in dem Moment ein anderes Bild, eine glücklichere Situation und so weiter und vergessen sozusagen den Moment, den man eigentlich genießen kann. Und genau in dem Zusammenhang habe ich mir halt auch immer viele Gedanken gemacht bezüglich meines Gewichts und meiner Gesundheit, weil es halt jetzt bis immer weiter runtergegangen ist und sicher natürlich ich mir ein bisschen auch Sorgen gemacht habe, was auch für mich persönlich unbegründet war. Und natürlich auch mein Bekanntenkreis, mein Umfeld sich auch mich diesbezüglich auch angesprochen hat und sich auch Sorgen machen und natürlich auch ihr da draußen vor dem Bildschirm, vor dem Handy macht euch auch natürlich Sorgen über meine Gesundheit. Aber da muss ich halt auch sagen, dass es natürlich mein Körper ist. Ich habe auch hier viele verschiedene Ratschläge bekommen, wie zum Beispiel, dass ich die Rohkost aufgeben sollte, ja mehr, ja vielleicht auf die vegetarische oder vegane Schiene umsteigen sollte, kalorienreicher mich ernähren soll, mehr Nüsse integrieren soll und so weiter. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe zwar an Gewicht verloren, an Energie und Freude und Vitalität, an meinen Alltagstätigkeiten oder allgemein an meinen Tätigkeiten, habe ich nicht verloren. Es ist halt auch so, dass es mein Körper ist, meine Seele hauft in diesen Körper sozusagen. Und ja, für mich ist es halt auch so, dass ich selbst entscheiden kann, was gut ist und was schlecht für mich ist. Wenn ich zum Beispiel Nüsse zu mir nehme, dann habe ich ja selbst die Wahrnehmung, wie es mir bekommt. Kommt meine Verdauung damit klar oder ist bei mir dann so eine Schwere oder habe ich dann Verdauungsstörungen? Und das kann ich ja dann allgemein auf viele verschiedene Sachen anwenden. Nur weil mir halt jemand anderes einen Ratschlag oder Empfehlung gibt, heißt das nicht, dass seine Erfahrungen, die er damit gemacht hat, eins zu eins auf mich zu reflektieren sind. Es ist halt immer noch mein Körper, meine Erfahrungen. Die kann nur ich machen und niemand anderes. Und der Grund, warum ich wahrscheinlich jetzt auch an Gewicht verloren habe, ist, dass mein Buchweizen für die Keimung ausgegangen ist. Und ich weiß nicht, wie viele von euch Arnold Ehret gelesen haben, mit der schlankfreien Heilkost und Buchweizen sind halt auch zu den schleimigbildenden Lebensmitteln. Und je weiter halt die Sprossen vorgezogen sind bzw. erwachsen, desto weniger Schleim enthalten sie zum Beispiel. Aber mein Buchweizen ist halt ausgegangen. Er ersatze ich halt jetzt durch Sonnenblumenkernsprossen mit Gurken, Avocados, auch ein bisschen Alphalfersprossenes dabei. Und den Erzeugnissen, also zum Beispiel den Salat aus meinem Garten vom Herrn Urproduzenten, nehme ich mir auch immer ein bisschen Salat und wenn dann jetzt die Saison beginnt, möchte ich komplett auf die Tomaten, Gurken, Zucchini, Passamelonen, also alles, was ich halt im Garten anbaue, möchte ich halt dann wirklich regional und saisonal zu mir nehmen und schauen, wie es mir halt damit geht. Soviel zum Grund, warum ich halt jetzt Gewicht verloren habe, wobei ich fühle mich immer noch fit, vital. Ich kann meine Tai-Chi-Übungen machen, ich kann immer noch meine sportlichen Aktivitäten machen, mein Krafttraining machen und bei den Tai-Chi-Übungen muss ich auch sagen, dass ich hier in der Schule trotzdem, dass ich so dünn bin, ziemlich kräftig bin und ein längeres Durchhaltervermögen habe als andere, die anscheinend im Optimalgewicht sind. Und ich bin auch hier ein bisschen strapazierfähiger als meine anderen Kollegen, Freunde, Mitschüler. Ganz zum Abschluss möchte ich nochmal so kleine Ratschläge geben, was man so machen kann, damit man halt seine Zukunftsängste und Vergangenheitsbefürchtungen auch ein bisschen vermeiden kann. Das hat einerseits dieses Monkey Mind Ausschalten, also das heißt, dass man zum Beispiel bewusst atmet in sein Dantien, in sein Zentrum, zum Beispiel in der Meditation, dass man da seine Gedanken darauf fokussiert, also diesen Monkey Mind sozusagen, dass man viele verschiedene Sachen macht, dass man zum Beispiel Gartenarbeit macht, umgräbt, hackt, aussät. Was ich halt persönlich sehr mache, dass es für mich auch so eine kleine Meditation in die Natur geht, in den Wald spazieren geht, also einfach mit der Absichtlosigkeit, ohne irgendwelchen Hintergrund, einfach mit Spaß und Freude zum Beispiel das Wetter genießen und alles andere ausblenden. Man kann auch sich aktiv werden, zum Beispiel viele verschiedene sportliche Tätigkeiten machen, wie zum Beispiel ich mache halt Tai Chi, Qi Gong oder man kann auch tanzen, ja, Bodybuilding machen, anderen Kraftsport machen, einfach sich mit seinen Hobbys, sag ich mal, beschäftigen und alles andere einfach mal ausblenden. Das ist halt für mich, ja, den Ratschlag, den ich euch persönlich geben kann, den ich aus meinen eigenen Erfahrungen ziehe und das ist halt wieder ein Ratschlag an euch. Ich kann euch diese Ratschläge nur geben. Was ihr damit anstellt, müsst ihr euch überlassen. Ihr könnt sie ausprobieren, ihr könnt sie nicht ausprobieren, aber ihr seid auch immer noch so wie ich, Herr eures eigenen Lebens. Und wenn ihr halt es schafft, im Moment zu leben, dann erlangt ihr auch, ja, viel Harmonie, viel Gewissheit und viel Freude. In diesem Sinne, spasiba, sehr pro smontre. Vielen Dank, dass du eingeschalten hast. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw270. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.